Diese zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Doppelhaushälfte befindet sich in Hahn, Rheinl. Das im Jahr 1920 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Es hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von 189 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von 74 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 139.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.